So, jetzt zeig ich's. Ich bin nicht mehr länger königlicher Familienmitglied. Jetzt bin ich nicht mehr Prinz oder nur Harry. Ich möge einen ganz einfachen Mann. Ich bin jetzt ein einfacher Mann. Haben Sie das gesehen, Frau von allein, mit dem Mexit? Das ist ein Ur-Arg von Prinz Harry, oder? Verstehen Sie den? Ich versteh Sie, ja. Mich? Nee, nicht Sie. Mach mal ein Foto, Flaggenschuss. Ich versteh die Frau. Ich hab ja auch in Adelsgeschlecht mal eingeheiratet. Echt? Sie waren immer schon adelig. Ich bin keine gebürtige von allein, ich bin der gebürtige Albrecht. Auf diesem Foto sehen Sie meinen Vater über Adenauer. Über Adenauer war der Bundespräsident? Nee, Quatsch. Käser? Das ist doch nur auf dem Foto über ihm. Machen Sie mit Laserbeut. Ach, den meinen Sie? Das ist Adenauer. Mein Vater ist da rüber. Sie müssen ja wissen, wenn man als Frau in eine Adelsfamilie einheiratet, da hat man ja hauptsächlich Reproduktionspflichten und muss sich mit dem Adelsgeschlecht sehr intensiv fassen. Weil die Kinderleins entstehen ja nicht von allein, wenn Sie wissen, was ich meine. So genau, weil die's eigentlich gar nicht wissen. Aber ich bin ein Fan von diesen Klatschthemen bei den Royals und auch in Hollywood. Frag mich zum Beispiel, ist Jennifer Aniston wirklich wieder mit Brad Pitt zusammen? Weißt du das? Was? Die waren auseinander? Wo sind auf denn? Die Birgit, die ist halt nicht so ein Fan, sondern nur ein Fanterl von diesen Themen, damit zu etwas völlig anderem. Ja, kommen wir zum völlig anderem Interview mit Ministerin Edtstadler. Letzte Woche waren sie schon da und haben auf keine einzige meiner Fragen eine Antwort gegeben. Dann hätten Sie mir zu meinen Antworten die richtigen Fragen stellen müssen, Herr Wolf. Dann hätte das zusammengepasst, ja? Welche Fragen wären das gewesen? Erstens, warum ist Sebastian Kurz so großartig? Zweitens, weshalb ist er so großartig? Drittens, weswegen ist Sebastian Kurz so großartig? Bereut Prinz Harry bereits seinen Schritt mit dem Mexit? Und ist Jennifer Aniston wieder mit Brad Pitt zusammen? Das hätten Sie fragen können, alles. Die letzte Frage interessiert mich jetzt wirklich. Sind die wieder zusammen, Brad Pitt und Jennifer Aniston? Kein Kommentar! Vielen Dank, Maschek, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja!